Hallo zusammen und willkommen in meinem Balea Beauty Expert Wohnzimmer. Ich bin der Neshro, Content Creator und Influencer rund um das Thema Haut und wir sprechen über die Balea Beauty Expert Tagescreme für glattere und jüngere Haut. Das Besondere an der parfümfreien Creme ist die hohe Konzentration an Peptiden. Ich weiß, ich weiß, kurze Chemiestunde. Peptide sind im Gegensatz zu Proteinen wirklich kurze Aminosäureverbindungen die tiefer in die Haut penetrieren können. Dort unterstützen sie die hauteigene Kollagenbildung, wodurch die Haut elastischer, straffer wird und feine Linien und Fältchen dadurch geglättet und vorgebeugt werden können. Das ist aber noch nicht alles. Die Wirkstoffe wie beispielsweise Panthenol, Squalan und Ectuin wirken hautberuhigend und können die eigene Hautbarriere stärken. Prinzipiell können wieder alle Hauttypen das Produkt benutzen, aber ich sehe hier vor allem einen Fit für trockene und empfindliche Haut mit dem Hintergedanken, den frühzeitigen Hautalterungsprozess zu verlangsamen. Die Tagescreme könnt ihr, wie der Name schon sagt, täglich morgens anwenden. Aber wenn ihr es abends doch ein bisschen leichter auf der Haut mögt, dann könnt ihr gerne auch die Tagescreme nachts verwenden. Oder wenn ihr im Sommer wieder super stark schwitzt, dann ist es doch ein bisschen angenehmer, wenn die Creme nicht so fettig auf der Haut ist. Das Tolle an der Tagescreme ist, dass der enthaltene Peptidkomplex nicht nur Feuchtigkeit spendet, sondern eben auch die Kollagenproduktion in der Haut ankurbeln kann. Also wirklich so ein richtiges Anti-Aging-Wundermittel. Wichtig ist aber auch, dass ihr die Haut effektiv schützt, denn der stärkste Faktor für frühzeitige Hautalterung ist tatsächlich UV-Strahlung. Deswegen achtet darauf, dass ihr tagsüber immer noch einen Lichtschutzfaktor von mindestens 30 verwendet. Einen Tipp, den ich habe, den viele von euch wahrscheinlich nicht kennen, um eurer Haut effektiv Feuchtigkeit zu spenden, dass die Tagescreme am besten funktioniert, wenn das Gesicht noch leicht feucht ist. Dadurch können die Wirkstoffe das Wasser nochmal besser speichern und eure Haut effektiv aufpolstern. Diese Tagescreme ist ein wirklich tolles Low-Aging-Produkt mit hohen Konzentrationen an Wirkstoffen, was man eigentlich nur von High-End-Produkten kennt. Das Produkt ist außerdem sehr reizarm formuliert, weswegen ihr das prinzipiell mit allem kombinieren könnt und täglich anwenden könnt. Achtet einfach nur tagsüber auf genügend Sonnenschutz und dann seid ihr auch schon good to go. Ich hoffe, ihr habt in dem Video mal wieder was gelernt und schaltet ganz, ganz bald wieder ein.